hallo und willkommen zurück ich weiß nicht wo wir waren immer so die tschüss zu nee warte hier waren wir schon oder wo muss ich hier oh nein ich muss doch runter aber hier lang noch ja oh nein so wir haben jede menge zeug hier 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 entfern dich du bist im weg hier sieht we hier Dein Ernst? Ah, Junge. Genau dann steht sie auf. Reu dich. Nee, also, nee. Die hat doch einen Fisch im Arsch. Äh. Ich glaube, Takt. Ich hätte übrigens nicht auf dieses automatisch sortieren drücken sollen. Voll der Rotz. Das ist klar. Sie sind hier. Ah, die Unterhaltung. Sag doch wenigstens Bescheid! Nö! Boah, der Schwerter. Geh weg. Geh aus dem Weg hier. Geh... Geh! 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 Ich glaube takt, ey. Ist die einfach im Weg? Welche Messer habe ich die noch aus Versehen? Ey, sie hat schon kommen. Wollt ihr mich komplett rollen? Okay, ich breche durch hier. Es geht einfach alles dahinter. Schwierig. Okay. No. Entferne dich! Alles klar! Ja! Ja! Oh Echt jetzt? Hier wäre so eine Kiste gewesen Man muss ja mal so richtig Glück haben Stirb Seit wann ist die hilfreich? Verblüffend 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 Ashley Boah, ich habe immer voll Angst auf den Kopf zu schießen Verblüffend Weil ich glaube, dass dann diese Dinger hier Warum auch immer der sich nicht aufgelöst hat Er kommen Na, wenn ich den Kopf zerschieße Was Könnte doch nur Einbildung sein, aber Was? Wo? Verblüffend Sarma Verblüffend Verblüffend Verl username Verblüffend Verblüffend Wie ist das? Oh Junge Alter, warum lebt der immer noch? Der ist doch gerade 1a umgefallen, oder nicht? Bleibst du jetzt liegen? Alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Ja, alles in Ordnung. Noch sind wir nicht sicher. Echt mal. Jetzt wird spaßig. Eine versteckte Plattform? Bisschen übertrieben, findest du nicht? Hierher. Okay. Kriegst du das hin? Ja, ich, ich schaff das schon. Mach weiter, es geht Deckung! Sag mal! Vorsichtig! Jetzt die andere! Vorsichtig! Warte, ich helf dir! Leer! 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 Ui! Oh. Ashley! Langsam hab ich genug. Der ganze Loot. Doof. Aber der Loot. Alles. So. Oh, Halt, Stop. Warum halt das so in meinem Kopf? Schon wieder irgendwas am Ton verkackt. So, haben wir jetzt alles? Oh, guck mal. Hier rüber. Okay. 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 Hey, bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja. Oh mein Gott, ich weiß wieso. Mein Fernsehton war an. Doof. Passiert. Ich glaub, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Zügele dich, Kind. Ashley. Warte! Shit. Ja, Minimum ein Tod, weil ich Ashley erschossen hab. Ja, 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 ja. Wie ein bisschen übertrieben. Hä? Ich verstehe nicht. Aber da haben wir den Castellan. Ich weiß nicht, wo ich sonst noch verreckt bin, ehrlich gesagt. Ich hab keine Ahnung. Ba-Sis komm, es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Bitte? Ich nicht. Basis, ich verliere dich. Hörst du mich? Verdammt, so viel dazu. Oh, kein Platz. Ja, daran müssen wir was ändern. Boah, sag ich dir. Matildo. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Keine Sorge, bei Bedarf kann ich sie dir natürlich reparieren. Ja, wait. Ist das, was ich so gar nicht benutze? Pony-Magnon behalte ich mal für einen Fall. Aber die kommt drüber. Ja. Boah, ich würde so gerne Munition rüberlagern können, ne? So, varm, 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 varm. Ich kaufe fast alles. Besten Dank. So. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könntet ihr das Leben retten? Hm. Frage ist, die Blacktail kaufen. Hey, fast seit 31 Kugeln, ne? Schwierig. Hofstun. Ich mach sie wieder. Wo hat mich Xiкивaschaat. Ich mach sie vielleicht nicht? Ja? Komm schon genau closedermaid- hurt aus. Ja, wir hauen die SR weg. Was für kein Platz. Der Zustand, das versichere ich. Wo soll das noch hin? Deine Hosentasche! Arschloch, so ein Blödes. Arschloch, so ein Blödes. So, das kann man doch auch wieder ein bisschen sortieren hier. Arschloch, so ein Blödes. So, wenn ich das da hin tue... Und... so ein Blödes. So, das kann man doch auch wieder ein Blödes. Die Frage ist... Jetzt muss ich das erst einmal alles rüberbringen. So, das kann man doch auch wieder ein Blödes. So, das kann man doch auch wieder ein Blödes. So, das kann man doch auch wieder ein Blödes. So, das kann man doch auch wieder ein Blödes. So, das kann man doch wieder ein Blödes. So, das ist... Oh... So, Frage ist, kann ich das? Perfekt, das geht. Sehr gut. Ach so, wait. Willkommen für die feinste Wache im Angebot, Fremder. Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Angenehme Reise. Gut. Ich würde sagen, wir holen erst die Fische. Scheiß drauf. Wir holen erst Fische. Wehe, der ist ja nicht mehr. Ich glaube, ich habe alle. Als ob hier nichts ist. Hier ist nichts. So, dann hauen wir die Fische jetzt nämlich auch noch weg. So, jetzt wird aber gespeichert und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.